In der Ladezeit wenigstens Musik oder irgendwas ist, das fehlt mir ein bisschen, weil sonst ist der Anfang immer sehr ruhig und das ist ja nicht so schön. Wenn mein Handy ein bisschen langsamer sein sollte, mach grad im Hintergrund ein paar Updates zum Playstore für meine Spiele, weil das Handy mache ich eigentlich nur relativ Updates nur für Spiele, weil ich brauche die anderen Apps nicht, ich brauche sowas viel Insta und sowas alles nicht. Ich habe es aber trotzdem drauf, wenn man eines Handy wieder ausfällt, weil ich das schon direkt habe, alles eingerichtet habe, auch schon irgendwie was drin gemacht habe. Und ja, deswegen denke ich mir manchmal, ja, muss ich das Handy einfach nicht, mach ich irgendwann, wenn ich das Handy wieder als Haupthandy benutze, So lange ich es nicht tue, mach ich es auch nicht. Ja. Die Ladezeit wird immer länger. Hab er gesagt, vielleicht wegen der Apps. Ab der jetzt in der älteren Sendys. Das sind jetzt seit 2006. Ende. Und äh... Aha. Hab... 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 Ein Sound gehört. Was haben wir vom Land? Ein Handy. Komm, ich versuche jetzt mehr von dieser... ...bohne. Nein! Nein! Unser... Unser... Wir wollen auf den Obkram gehen. Wir wollen den Obkram gehen. 4 4 4 4 4 4 5 4 Ich muss mal alles abholen. Wieder irgendwas, dass ich nie wieder wegschwingen werde. Für dich, Lenny! Hahahaha! Eben der Jobs, wenn du keine Aufklärung hast. Die Aufklärung wird wahrscheinlich noch ein Jahr oder drei aufgehen. 10.000, weiß der. Stop that! Die Aufklärung wird nicht mehr. 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 Das war ein Spiel, ich war früher tausendmal in die Werbung. Immer habe ich mir gedacht, komm ich hab's aufgehöhlen, dann komme ich hart zum einen runter. Alles geteilt und dann habe ich gemerkt, ich bin nichts, was ich gemacht habe. Weil ich kein Master auf jeden Fall nicht mache. Ja, ich sehe den Sinn. Das Spiel ist schon mal gar nicht. nicht mal in der bergung ja und ist über lange zeit vernachlässigt jetzt macht nur etwas wo man sich ein verdächtiger aufrecht in der realen welt angekommen und wie viel haben 11 geklappt so und wie viele hübschgeräusche ja 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 ich bin echt scheiße zwölf an der leute so wie kann man hier ein bisschen geil ist eigentlich kann man hier richtig ich bin echt krill damit nein ich bin echt glücklich, ich bin echt glücklich ich bin echt glücklich ich bin echt glücklich ich habe keinen geld auf der bank aber guck mir mal was wir schon aufhaben was muss ich mit Scanner machen? Verpiss dich, wir arbeiten. Ich möchte gerne mal meinen Aufgabenfachlehrer kriegen. Ich bin immer noch 12.000. Ich bin immer noch nicht gekommen. Oh, man wird dann nicht wieder wegkommen. Oh, das ist es. Oh, das ist es. Oh, ja. Oh, das ist es. Wir haben alle in den Händen! Ich bin alles kalt! Das Beste ist mir nicht kalt! Das Kug ist mir nicht aus dem Lass. Ich habe ihn mit dem Hauptnachrag! Tja ist ein Lass. Tja ist nicht so richtig! 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 Tja ist nicht so richtig!